So, wenn jetzt alles funktioniert hat, müsstest du bei einer Aufnahme sein. Oh nein, keine Aufnahme. Diese Motivation, das klang echt so lecknig. Nee. Totale Lustlosigkeit, ich kann gerade nicht. Ob er es glaubt oder nicht, aber der Siegspiel Left 4 Dead 2. Ey, hier, hier, Corp Dammit, Trave Paola. Da unten steht übrigens noch Spielerplatz verfügbar. Also, wenn ihr zufällig Left 4 Dead 2 für einen PC habt, könnt ihr jetzt schon spielen. Hättet ihr vor einer Woche einsteigen können. Wir haben extra noch rumgefragt, aber irgendwie wollte keiner. Sobald das Video online ist, könnt ihr eigentlich noch bei uns in die Gruppe reinkommen, sagen wir mal so, ne? Also, sobald das erste Video da ist, geht einfach Left 4 Dead 2 online und ihr könnt sofort in die Gruppe joinen. Auch wenn wir gerade nicht da sind. So sieht's aus, denn wir spielen immer live. Live in Stereo und der, äh, scheiß, wie heißt man es jetzt, Stream ist da. Mein Name ist Jürgen Milski und wir suchen deutsche Städte, die mit Ö anfangen. Österreich, damals, 40. Warum hatte ich das auch gerade im Kopf? Wie wäre, Össnerbrück? Überhausen. Boah, ey, starte jetzt das Spiel, sonst ist mein Rechner gleich voll. Wir haben noch nicht eine Minute vom Spiel gespielt. Aber dafür 10 Minuten Lobby. Ja. Die Lobby ist auch sexy. Wir gehen jetzt in die Lobby, wir gehen jetzt in die Lobby. Was machen wir jetzt überhaupt? Ich bin jetzt schon voll in den Arsch gespielt. Ja, das Gute ist, äh, Dr. Nick wird vom Computer gesteuert. Ja. Unser Retter. Der Mann mit der Axt. Ich bin nur für die doofen Sprüche zuständig. Hölle, ja. Hölle, ja. Bist du nicht, bist du nicht der, der Schwarz? Ja. Der alte Sündenbock ist am Start. Obwohl, bei mir ist er nicht der Schwarze, bei mir ist er Gordon Freeman. Gordon Freeman. Es ist mir egal, bei mir ist er schwarz, er bleibt schwarz. Er hat Tarnung. So, jetzt könnte das Spiel ruhig mal starten. Immer locker bleiben. Wir haben Nick. Das ist... Oh yeah. Es geht los. Es geht los. Scheuer. Ja, er ist eine Kampagne. Und das beginnt mit jeder Fähigkeit auszustellen. Zurück! Aber egal. Der kommt doch nicht zurück. Der Hubschrauber fliegt euch ins Erkrankierungszentrum. Das wollte ich. Die Brechstange ist weg. Wo ist die Brechstange? Sigi? Nee, Schein. Noch eine. Nimm die. Ich habe eine Axt. Oh, Gordon Freeman hat jetzt sogar tatsächlich die Brechstange in der Hand. Versuchen wir es mal bei einer Axt? Ich werde von Barry Burton gebumst. Hier, ich habe eine Axt. Sieht man die auch zufällig? Nee. Oh ja, klar. Okay, ich nehme die Brechstange. So, wir haben Gordon Freeman, Barry Burton und Solid Snake. Oh yeah. Wo bin ich? Ich habe mich schon verlaufen. Noch nicht. So, der Server scheint gut zu laufen. Dann wollen wir mal loslegen. Wir spielen auf Realism. Oh yeah, baby. Das heißt, wir werden wahrscheinlich mehr Schaden durch Friendly Fire als durch Zombies einstecken. Aber immer vonik. Was? Vonik, du brauchst einen Wechselkurs. Das ist der Wahrheit. Ich laufe einfach mal Sigi hinterher, denn das ist immer am witzigsten. Ist der jetzt ins Feuer gerannt? Nein! Oh, Säure. Ich bin schwarzen gekommen. Alter, schlag nicht auf mich rein. Das tut weh. Ey, fuck, ich bin schon fast tot. Was? Was ist denn das jetzt in der Tür? Ja, ich brenne, ich komme nicht weiter. Bade, meine. Du brenst dich gar nicht. Ich habe doch gebrannt. Nein. Erstmal schön kranken in Bade, meine. He is on fire. He is on fire. So, wo seid ihr eigentlich alle? Ich bin in irgendeinem Hotelzimmer und habe mich gerade geheilt. Ach, da habe ich die Wurst gesehen. Ich habe niemanden gesehen. Auch da ist der Schein. Ja. Ich gehe mal die Treppe runter. Ich bin... Äh, wo... Wir müssen den kleinen Sigi noch aus der Kinderabteilung abholen. Ach so. Ich habe genug mit meinen Bällen. Ach, da ist er ja schon. Lass mich durch, ich muss mördern. Töten, 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 töten macht Spaß. Klauen, klauen, ich klau den Wagen von Moe. Nanananana, Versicherungsbetrug. Voll gepotzt, hallo, wo seid ihr? Äh, da wo du nicht bist meistens. Ja, das ist das Problem. Ich fand wirklich, wir müssen nur schon wieder. Wann, Boomer, echt, wo bist du, Sigi? Ach, da bist du. Ach, der ist schon wieder vorgelaufen, der Kleine. Ja, ja, ja. Ich bin ja mal da, wo die Party ist. Oh Gott. War das unter Umständen eine Funktfrage? Komm, gib uns mal in Hölle, ja. Na komm. Komm, komm. Ach so. Jetzt muss ich auch noch drücken, Liste. Der letzte kann ich, wir hatten hier an die Wand geblütet. Entschuldigung, ich habe das wahrscheinlich, sorry. Aber wenn du mal L sagen willst, ist es auch. Au! Hey, was soll das? Bleib mich nie an. Ob ich gerade Sigi sagen hören, er möchte geteebeutelt werden von mir? Teebeutel nicht. Der gute Hage Butten. Jetzt geht's los hier. Party hard hier. Gut, dass ich nur Raubombe gefunden habe. Oh, das hält mich vorlaufen. Warte auf mich, Raubombe, ich will sterben. Lass mich doch mal nicht ruhig, komischen Zombies. Hier sind nur Frauen am Start. NUTEN! Er will einfach nicht Hölle, ja sagen. Tabletten! Oh, Doki! Bereit hier? Durchs Feuer gerannt. Ich versuche Sigi zu beschützen. Das Kanonenfutter darf er erst später abgeben, wenn wir beim Auto sind. Wir müssen am Feuer vorbei. Erstmal die Cola, ne? Erstmal eine frische Coke. Oh, yo, gleich. Ich dachte, wir die Cola holen. Mal gucken, wie viele Wünsche wir unterwegs begegnen und wie oft wir das neu laden müssen. Ja, super! Aus 10 Metern springt auf meinen Kopf, der Penner. Ich hab's mitgekriegt. Ich hab dich ja noch gerettet. Ja, hack auf mich allen. Ich steh doch vor einem Arm umzulaufen. Entschuldigung, Nick. Nee. Ich bin nicht Nick. Nicht geworden. Meine erste Schusswaffe. Hör mal den hier, schön. Boah, jawohl. Uzi. Erstes Kapitel geschafft, oh yeah. Brechstange. Brand Munition verlässt ihren Ziel in Flammen aufgehen. Erstmal einen Schluck Adländer Premium-Pilz. Was hast du für ein Aldi-Bier? Rohling Pilsner Premium. Ja, das klingt echt nach Plastikpulle. Ich hab besser als... Ach ja, hier, deutsche Städte mit Ö. Öttinger. Öttinger. Wo wohnst du in Öttingenhausen, man? Öttinger ist so auf ein Bier, oder nicht? Ja, aber das kann man doch nicht mal als Bier bezeichnen. Ja, und das kommt doch aus der Stadt Ötting, oder nicht? Also ist Ötting, falls es in Deutschland liegt, eine deutsche Stadt mit Ö. Aber Öttingen liegt in Bayern, oder? Oh, fuck. Ist das jetzt also ausländisches Bier, oder was? Ich trinke ein ausländisches Bier. Okay, das war die Antwort. Ich hab irgendeine Frau schön gehört und ich war nicht schuld. Bei mir sagen die Frauen immer, ich mach wie eine Schnitzel aus dir. Oh, bitte lass da jetzt gleich kein Tank sein, wenn ich die Tür aufmache. Hallo, Tank! Oh, schade. Keiner da. Jetzt bin ich sehr traurig, dass da keiner war. Man sieht immer das, was man nicht hat, ne? Ja, eben. Ich glaub... Da ist ein Hälter! Alter, wer drauf geschossen? Ich! Ich bin so richtig stolz. Haben wir uns alle in die Luft? Boom, Panzertod. Oh, Säure! Ja, klar, ein Jockey und der reitet mich nochmal durch die Säure. Hilfe! Richtig. Der los wird mit zurück zum Safewoom. Sehr gut! Bam! Komm, Nick, wir brauchen die anderen nicht. Wir suchen alleine. Oh, ich hält, hab natürlich mein Midi-Pack bei den Granaten liegen lassen. Und bin fast tot. Mein Nigger ist am Start. Er hat es gesagt und scheint, wann ich in der Nähe. Hölle ja, hab ich gehört. Gut. Hölle ja! Meine Fresse, ey. Ich muss mich heilen. Ich muss mich mal irgendwas reinknüppeln. Oh, hier, Doktor Nick, heil mich mal. Nein, du sollst nicht dich heilen, du sollst mich heilen. Oh, was ein Wichser. Hallo, Boomer. Dankeschön, war ja klar. Alle, die der Wister sind notiert. Die Linzling! Oh, hier ist noch der Schrank mit den Arzneimitteln. Oh, ja, bitte, lass dann... Ich hab' einen Tabletten gar nicht gebraucht. Film? Geh mir mal die Kopf. Ich heile mich. Hau ihn tot! Bam! Boah, Schlampe. Hier ist eine Witch irgendwo, Leute. Macht nichts. Ich hab' ne Axt. Läuft. Ach, da unten ist er. Nee, diesmal schieß ich sie nicht an. Ähm... Wissen eigentlich alle Zuschauer, was das heißt, eine Witch of Realism? Das heißt, ich bin tot. Soll ich jetzt mal zeigen, wie das geht? Hm. Bappadibu-ber-ber-ber. Hm, mal gucken, die Charis, ja. Ach, nee, riskieren möchte ich's jetzt nicht unbedingt. Char-Char? Wo? Char-Char, Jockey, Smoker, alles. Ich bin mittendrin, Party mit meinen Boys, ey. Ich glaub, ich hab grad irgendwie darunter meinen ersten Special-Infected getötet. Nice. Und zwar den Jockey auf den Skoppen. Okay, dann... Danke, Smoker. Da können die auch verloben, wie jetzt zum Vorschein. Und ich werde jetzt diese... Nein, er wird diese Euro-Palette zerstören. Rieser. Darüber schieß ich dir in den Rücken. Ey, ich kann das doch nicht riechen, was du machen willst. Halt auf damit. Ja, sonst hast du die Euro-Paletten auch nie kaputt gehauen. Ja, du hast auch nicht zerschossen. Doch. Waffenladen. Waffen, hier drüben! Oh yeah, Waffen! Hier gab's doch irgendwo Medipacks, oder? Ja. Deutsche desc lang. aks inatüc.